Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Island Äh, ja Äh, geht klar los Ich will mal kurz so noch schnell die Gegner flitten Aua Geht sofort los Alter Das finde ich echt ein bisschen unfair Mich anschlagen gespitzt schon so zu Boah Komm, leg dich mal hin So, alles geklärt Jetzt kann ich nochmal neu anfangen Also, wie gesagt, kommen zurück Äh, wie einige schon vielleicht sehen können Ja, es sieht schöner aus Und B Es läuft flüssiger Das liegt einfach mal daran Also, ich jetzt eine andere Stream-Software nutze Also zum Aufnehmen Und zwar nennt sich das Ganze OBS Open Broadcast Software Ich glaube ich zumindest gerade Den habe ich vom guten Kumpel empfehlen bekommen Und ich bin bis jetzt absolut begeistert Äh, es ist wirklich kein Vergleich zu X-Blood Erstens ist es kostenlos Und zweitens, wie gesagt, Performance ist atemberaubend Ich werde jetzt noch auf jeden Fall in den nächsten Parts ein bisschen rumexperimentieren Ähm, und mal schauen, ob ich da noch ein bisschen mehr rauskitzeln kann Äh, genau Dieser Part wird dann morgen, also Donnerstag erscheinen Und zwar war eigentlich Johnny geplant Nur gab es da kleinere Problemchen Möchte ich sagen Ähm, war wieder mein Fehler Aber Naja Gut Das dazu Ja, wir haben letztes Mal hier die Versorgungszeugs besorgt Oder gesammelt Und damit gehen wir jetzt zurück Ich bin echt begeistert, ey Das ist so geil Endlich mal das so flüssig zu spielen Ich hoffe, das kommt auch so gut an Dann bei der Aufnahme Vielleicht dann sehen wir, wenn ich das aufgenommen habe Ich habe eigentlich schon ein paar Tests gemacht Die sahen echt gut aus War da irgendwas gerade? Nö, gut Es ist ganz anders jetzt so zu spielen Das ist tausendmal flüssiger und sonst was alles Es macht echt Spaß jetzt so zu spielen Ich meine, es ist erstmal gewöhnungsbedürftig auch Es ist auch relativ schnell jetzt alles geht Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück zu Paradise Ah, wir entfernen uns oben, gehen wir weiter Ah, egal Ähm Ich möchte erstmal sehen, ob ich hier irgendwas in der Nähe habe Schnellreise Wo können wir hinreisen? Da oben hin Ah, wir sind eigentlich nicht Da war es eigentlich eher Wir gehen zum Auto Fertig Jetzt ganz einfach mal zum Fahrzeug Vorher gucken, dass wir uns hier keiner verfolgt Ist das Ding immer noch frei? Ist echt cool Das ist bestimmt auch ein bisschen passen Next und sowas Oh Signal Oh, ist das geil Ist ja perfekt Schmerzmittel, oder? Ne, schade Also hier sollte ich öfters vorbeikommen Kann echt gut alles Zeug looten Das gefällt mir Aber ein paar Äpfel werden trotzdem gerade nicht schlecht Vor allem müsste ich mal zur Werkbank Boah, die Musik, ey Achso, jetzt So Ähm Genau Den brauchen wir mal wieder voll Und weiter geht's Ach, das ist dieses scheiß Radio Ich würde schon sagen Wo kommt denn die Musik her? Gut Ab zum Auto Da steht's auch schon Lass mich die ganzen Zombies wieder töten, ey Oh, warte mal Vorher gehe ich hier nochmal schnell rüber Du stupst mal schnell Danke, dass du in meine Richtung fällst So Na komm her Hast du vergessen Du stupst auch mal schnell Mit dir noch einer? Nö Oder doch, da hinten Du stupst auch mal schnell Du auch Gut Erleicht Und dann wollen wir mal schnell Mal schnell gucken, wie ich da am besten fahre Gerade auch ist immer Dann ist eigentlich alles Klärchen Hab ich es zumindest Ja, mach grad aus Ein paar Zombies mitnehmen Kein Problem Oh Komm Danke Okay Geht nochmal auch noch mit Äh, wir müssen da Rechts leer rum Gut Dann wieder zurück Ach man ey Ist das jetzt nicht euer Ernst Ja Na ganz toll Ey, wo kommst du hier? Ich wusste es Ich wusste es Also, dass du hier weiter den Rücken zukehrst Respawn Gut Danke Diesmal nicht von hinten Das wäre sehr nett So Will ich diesmal nicht Will ich den Zombie dort haben Na los Gut Zeug mir neben und bye bye Und schüssi Kowski Hier lege ich mich nicht an Na komm her Bye bye Danke Fürs Fleisch Und weiter Bleib da nicht hängen Hier weiter Aber das läuft jetzt auch Folglich flüssig in der Aufnahme Ich werde sie mal schnell durch Jetzt ist grad irgendwie Kein Bock hier Die ganze Scheiße Ach, jetzt geh rüber Du schießt sie alle ab So Gehen wir mal die Quest ab Bei wem? Bei ihr, genau Ja, wenn du meinst Was kriegt er schönes Ui Ach ne Äh Inventar Mal gucken hier was Scheiße ist Das ist Scheiße So Geht sofort los Erstmal wieder Zeug verkaufen Gefährlicher Nagelhammer kann weg Gefährlicher Holzknüppel kann weg Sicher Gift bleibt brutal hat er kann weg Weg Nein Weg Irgendwas habe ich jetzt verkauft was ich nicht machen wollte, oder? Nö Alles in Ordnung Glaub ich zumindest Nur noch 5 mildere Kids ey Vergeht habe ich ein 20.000 Hier gebe ich das Krieg das billiger Ich kann dir einen Kuchen Wenn du mir ein paar Kuchen bringst, werde ich ein paar Spächer Es wird sehr lecker Aha Wie kann ich sagen, nein? Warte, bis du probierst, was ich dir mache All dein hartes Arbeit wird verwendet Ringe schimmeln Ringe schimmeln Achso, cool Alter Geile Sache Ist das geil Wie hab ich denn davon? Geil Gefällt mir Haha Sehr schön So Das wollte ich eben machen Genau hier Das wollte ich machen Ja und jetzt ist die Frage Ich mache es hier erstmal weiter Danke War ich eigentlich wieder Dings? Nö Dann brauchen wir wieder ein paar Medi-Kids Ja, die kriegen wir ein bisschen billiger Alter, wie viel Geld ich habe Ich kann hier hin wohl mit dem Geld So Habe ich erstmal ein paar Ähm, mit wem kann ich denn jetzt, äh Was hast du'n schönes? Ach du hast diese Wurf... Wurfzeug, das brauche ich nicht unbedingt Dann haben wir mal die, dann haben wir die Vorne sind auch noch mal Zwiehändler Hey, komm her Polizei Knüppel Woah Stufe 713, naja gut Okay Das ist Ton-Munition, naja toll Nagel... na toll, ja Ist das du schönes? Achso Hm, okay Ach du Scheiße Baubrandblitz Ja, von mir aus Die Kabel sind in einem Schack, nicht weit von hier Und die Batterien sind auf einem Camping-Site Äh... Klingenwaffen Ist hier noch irgendein Händler? Pistolen-Munition hatte ich... Keine, ey, das ist... äh Pistolen Zum Kotzen, ey Hier hat wirklich nur die Läden da Oh, ich hätte hier hinten schnell hinreisen können Und ich hätte auch... ach, ich kann Kotzen Da vorne müssen wir hin Okay Wird kein Problem sein Vorher das ganze Zeug schnell looten Ach, nochmal mit von mir aus Hallöchen Gucken, weil ich wieder hoch war Oh, ist schon wieder so ein hässliches Vieh Danke, dass du gleich entfällst Gut Äh... Pistole brauchen wir Jetzt haben wir ja genug Schuss Lol Ey, das ist nicht euer Ernst Danke Dass du auch mal stirbst Es gibt nicht mal was, ey Es gibt nicht mal was, ey Das ist doch voll Arsche Na gut Wollen wir mal schnell Was ist das hier? Ich hoffe jetzt oben nicht mehr der Schläger, oder? Ey, es ist zum Kotzen Jetzt Jetzt Geht doch Lappen Sehr schön Alle noch brav tot Gefällt mir auch Können wir gleich wieder ins Auto einsteigen Nachher andere Seite Äh, na los Äh, na los Das ist ja gleich hier vorne Ist ja gleich hier vorne Jo Ey, war ich da schon gewesen, ja Ja Na komm her Wird mal ganz locker Kollege Was willst du schönes? Was willst du schönes? Bye, bye Du stoppst auch mal schnell Bye, bye Ah, es ist schön, wenn man mal alles da hat Komm, muss mal schnell eilen Dann Haben wir genug Selbstmordfleisch, cool Oh man Das kann lustig werden Ja, es bleibt am Regenschirm stecken Scheiße Okay, ich habe es Autobatterie Natürlich mit Dann gut noch mit Schmerzverblenden Nice Lass mich bloß in Ruhe Toll, hätten wir auch erst später hingehen können Guck an das Ja, es ist schon nice mit dem Daro Dachtest du wirklich, dass ich dich übersehe? So Alkohol Nimm mal mit Und ein paar Mollis basteln können Heizen mal voll Ah, wird wahrscheinlich dann nur drin sein, oder? Ah, von mir aus Alles mitnehmen Ah, ja klar Ah, ja klar Wo ist es denn? Ach, da hinten versteckt Wie viel sind denn das noch? Heizmaul Jetzt geh doch rein Hallo? Ich geh jetzt so rein Ich komm hier nicht rein Jetzt So Eins noch Heizmaul Wie man sagt Ah, kommt mir aus Nimm auch mit Nimm auch mit Nimm auch mit Alles mitnehmen Schmerz, ob der Nice So Okay, ich habe alles, was ich brauche Und jetzt Und jetzt? Ach, da hinten muss man hin Okay Auto einfach Ja Natürlich Unser schön frisiert ist schon Ist ja logisch Schnell mal hier wenden Und dann wollen wir mal Wie müssen wir da am besten fahren? Die nächste gleiche links Also sozusagen hier rein Ah, ha, ha Ah, ha, ha Äh, ja Man Man Stirb doch mal Geh doch So So Das war erledigt Na, von wo denn? Na gut, der fährt eh wieder hin Also, müssen wir uns hier wohl oder übel so durchbegeben Ich habe keinen Bock dazu Aber was soll's Bye, bye Na, wer lebt hier noch? Okay, da Ey, warten wir doch schon mal Da wollen wir auf jeden Fall nicht rein Ach, zwei Stück Na, komm her Na, komm her Da haben wir es keiner Ganz wichtig Bye, bye Okay, ich nehme auch noch mit Na, ein bisschen Ja, ich hasse es, ey Die das machen Gut Ja, von mir aus noch mal mit Och, nein Gucken wir mal, die mit der Signalpistole will sie kriegen Ich glaube, ich treffe Natürlich treffe ich nicht Ey, was soll denn das? Jetzt Herze Was natürlich nicht so viel bringt Ähm, Molotow Ja, du Arschloch Verrecke Wie fahrt der noch? Der hat doch viel zu viel Ach, scheiße Ach, scheiße Dürstle tot Komm, brenne Komm, brenne, brenne, brenne Geht doch Geht doch Meine Fresse, ey Will die Typen auf den Sack gehen, ey Was ist denn hier los? Party? Ach, das ist bei den Infizierten Das ist bei den Infizierten Gut, nur eins Zwei Dreh dich bitte um Komm Blick hin Und, bye Bye, bye So, weiter geht's Ich bring mal mal schnell um So, was haben wir hier schönes? Geld Geld Noch mehr Geld Nehmen wir alles mit So, dann gehen wir hier weiter Noch früchten Weg Ja, sind wir Na, kommt Finde ich geil, dass der da drüten mich Haben wir als erstes bemerkt Und da vorne nicht Mal los Hoppala Ja, man Das funkt sich doch wieder nicht Reckt doch einfach, ey Komm, ich glaube wieder einsetzen Wie sie nicht trifft Machen wir dich halt so platt, komm Regenerieren, bitte Danke Brauche ich nicht Weiter geht's Taro Aua Mann Eins Zwo Drei Ayan Weiter geht's Na, dann komm mal hier Bye, bye Och, Mann Ich will nicht Ich will hier nicht hin Komm ich da rein? Och, nein Nein Ich will nicht schon wieder gegen so'n Vieh kämpfen Mann Geht jetzt nicht anders Leih Was denn jetzt? Was war denn jetzt los? Och, das ist wieder so geil vom Spiel Ich hatte noch über die Hälfte vom Leben und ich sterbe einfach mal Warum auch immer Jetzt kann ich diesen Scheißdings nochmal bekämpfen Was ist denn? Ich war ja ernst, oder? Klar, und er hat wieder fast volles Leben Harecke einfach, ey Ich hau jetzt noch die Dings rein bei ihm So Komm verwecker einfach, ey Ach, ist das nervig, ey Bye, bye Bye, bye Heilen Die nehmen wir alle mit wieder Ja, wo geht's jetzt hier nur noch rein? Hier oben rein, oder was? Na komm Oh, was macht sie denn? Geht doch Ach Ich will die ansprengen Am liebsten Guck ich hier auch oben rein? Ja, aber Ach, Mann Ja, da war doch gerade das Symbol Ja, rein ist toll Kann ich's doch so machen, ey Ich bin schneller dran Draht Hab Draht gefunden, Juhu Natürlich müssen wir hier rein Ach, Mann Jetzt Schlimmer alle töten wir Große Batterie Draht Noch mehr Draht Fackeln, okay Telefon War brauchst nicht Zahnräder Ja Was gibt's noch? Hattet die Musik immer dazu, ey Haben wir alles, oder? Ja Raus hier Wir müssen wieder zurück Den ganzen Weg Juhu Komm ich denn jetzt am besten lang über den Weg hier Giftbombe, okay Nimm mal da auch mit Lass mir das Mann, ich treff ihn wieder noch nicht Bye, bye So Du da hinten Komm mal her Mach mal das, ja Alter Musst ihr nicht offen mucken Alkohol Aljo ist immer gut Guter Fußestoff Und da hinten noch was Ja Ui Das überall sieht man leicht Kommt man da am besten Von der anderen Seite rein, oder? Orts Lauf halt Da Ah Von hier aus nochmal mit Kann man verkaufen Gibt alles Geld Ja Gib mir Stoff Ähm Genau Sind wir fast wieder da An der Straße Na komm runter Wollte ich zwar nicht, aber okay Ähm Dann Ich würde überlegen nach rechts Bis mal Aber na klar Jetzt nach rechts Bye, bye Bye, bye Was haben die? Tauchermesser brauche ich nicht Lauf ich richtig? Ja Genau Bye Gehen wir schnell hier rüber Geht schneller Hier war auch schönes Zeug eigentlich immer Hallo Bye, bye Frucht Warum auch nicht Geld So tot Aber natürlich nicht Bye, bye So Ui Ui Ähm Will ich mal Zeug schnell abschmeißen Ich die Spaltaxt fallen lassen Neh mal mit Batterie Früchte Immer noch ein bisschen Zeug zum looten Ein bisschen Geld Gleiche, Telefon Auf jeden Fall mal eh mal Schmerz mit in Das ist schon mal ziemlich wichtig Neun Telefon Er braucht schon so viele Telefone wenn Ach egal Gut Dann ab zurück Sieht's hier aus Relativ gut Und hier unten sieht's auch relativ gut aus Gut, du bist tot Gut Sie sind vielleicht wieder an der Kante hängen Gut Erstens wir rennen wieder durch Kurz aufladen Und durch Das Kind braucht mich um die ganzen Typen zu kümmern wieder Das Kind braucht mich um die ganzen Typen zu kümmern wieder Geschafft Sehr schön Gucken wir noch schnell das Zeug hier looten Hier unten waren noch ein paar Sehr schön Ah, jetzt lass mich doch durch Hallo Alter Ich glaub wir an jeder Kante hängen Hab ich denn Dings gefunden, ne Dose? Nö Aber du hast Hier bitteschön Danke Auch nochmal Sehr schön Fähigkeiten So, jetzt geht's hier weiter Errechte Munition Chance zur Vermeidung von Unterbrechungen Erbeutete Munition Hm Chance während du angreifst von einem Treffer nicht unterbrochen zu werden Ja Fällt mir So Taro Bin wieder da Gib mir bitte den Plan Dankeschön Wollen wir doch gleich mal ausprobieren Mal schauen Was ich damit machen kann Blitz Wer hat Hirsch Zuverlässiger Hammer Ach Gott Hm Was sich jetzt lohnt bei denen das zu machen Ah, verkaufen Erstmal Vielleicht fehle ich ja noch ein paar gute Waffen wo ich das machen kann dann Taro Verkaufen Zuverlässiger Hammer kann weg Der kann auch weg Der kann weg Der kann weg Der kann weg Der kann weg 500 Der hat sogar noch mehr Neh, öff LOL Ach, weil ich noch nicht lewe 32 war oder was Ähhh Ähhh Ähh, ähh, ähh 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 Alter Wo ist er? Wo ist er denn? Ähm Alter Schwede Wie geil Das Ding rüstet sich jetzt erst aus Wie krass Wie viel habe ich denn? Wie viel Ähm Ah Brief an Maggie Brief an Maggie Wir haben uns einen Weg nach Henneson erklärt hat Heute Nacht verstecken wir uns in der Hölle Das ist einfach zu gefährlich Irgendwann ich versuche endlich die Stadt zu erreichen Hm Wie viel zielbar verschieden ist Genau 18 Stück Das sollte noch reichen Ähm Quests Da gibt es einfach nur neue Na gleich Du wieder Geil Aber hallo Hab ich eigentlich alles oder Bringe so jetzt vier Stücke Oh Gott Oh Gott Das ist so eine Sammelaufgabe Aber das zeigt mir jetzt nicht Das ist so eine Sammelaufgabe 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 Aber er ist nicht wie Markus Das ist so eine Sammelaufgabe 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 Wo waren hier schnelle Reise Hier irgendwo Da Oh Gott Wie heißt denn das Ding Mataka Ach Mataka So So Du kamst nach mir Ach Du denkst, ich bin gefährlich Ich muss dich stoppen bevor du jemanden verhörst Und jetzt muss ich sterben Kannst du nicht sehen, was ich versuche zu machen? Wie ein verdammter Schmerz Das hat mir jetzt nicht gerechnet Ich bin fast gestorben, ey Das ist doch die Wohnung von dem Gut, jetzt ist der Wichser auch tot, endlich Ach, geschafft Ein Irrer weniger Danke Gibt's hier noch irgendwas zu tun? Und so Ne, war Nö Also Quest so zusammengeschafft Feldküche ist auch klar Wiegt der Wissenschaftler sozusagen Ja, es wird hier angezeigt Na gut Ich muss da hin Am besten, wie gesagt, ein Boot Das ist da vorne Konservatoren, sehr gut Hier haben wir eine starke Waffe Na kommt der Gut, gut, gut Geil Richtig geil Alter Meine neue Lieblingswaffe Boah, ist das geil Oh, ist das geil Oh, der Hitlubbel ist schnell kaputt Ist mir scheißegal Das ist mir scheißegal Du wirst mich gucken So links vorne rum Oh Stückchen zurück Okay Okay So Jetzt äh Es macht raus Eine Fresse geht nicht mehr auf den Sack Das ist hier irgendwie rechts rum, oder? Ja Ist hier irgendwie rechts rum, oder? Sind wir richtig Hier sind wir richtig Hier sind wir richtig Da haben wir doch gleich so'n komischen Fuzzi Ach, Mann, ey Komm schon Wir müssen sitzen, sehr gut Oh, jetzt kommen wir ja Geil Wie gesagt, das Ding ist der Hammer Wie gesagt, das Ding ist der Hammer Wissen nicht, ey Habe ich hier nicht rein Nicht nur mal Oh, da haben wir gleich noch einen Gut Sehr schön Was war da Fleisch? Nö Da 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 Kommt her Ich komm mir noch eine Impulsion rein Und du hältst es mal im Maul Die Wucht von dem Ding ist absolut Hammer Kommt da Mann, dann komm her Oh Hoho Ist das geil Habe ein neues Spielzeug gefunden Sehr schön Fähigkeiten Ach, die komische Strahl Ach, jetzt kann ich hier rein Lo- Oh Das ist nicht wahr, ey Sowas Unfaires Ey Ne Ganz ehrlich, ey Aber egal Muss man sich akzeptieren Gut Mal gucken was uns jetzt hier erwartet Irgendwie die Befürchtung, dass es noch schlimmer wird Was Oh Mann ey Ach, toll Das kann ja lustig werden Wie ist das Ziel für Viecher rumrennen Okay Okay Energy Drink Kurz noch ein bisschen umsehen Ich finde mal klein noch irgendwas cooles Hoi, schön Kann man mitnehmen Da kann man nicht rein Guck mal hier rein Nö Videokamera Gut, da ist ein Intercom Mal mit Frucht Dr. Kessler Dr. Kessler, bist du da? Wer ist das? Was willst du? Mein Name ist Perner Und ich brauche deine Hilfe Es wird nicht mehr als ein paar Minuten Ich bin beschäftigt Ich arbeite hier Ich habe keine Zeit für Besucher Lass mich mit Herr, das möchte ich mit dir diskutieren Ich, ähm, ähm, äh Ich habe dein Studium über Kuru-Disease Es war blöde brillant Äh, können wir sprechen? Ich hoffe, ich kann nicht einen Moment raus hier Siren, komm in Komm in Oh Gott, wer weiß was das für ein Ohr ist Na, von mir aus nochmal mit Das war alles hervor Gucken hier Ich will die Schmerzerblatt mitnehmen Snick Alko nochmal mit nochmal auch mit Ein Gurt, ähm, Kopierer Ja ne, ist klar Ich raub dich mal vorher noch schnell aus, war Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Mann ey Oh Gott, schau mal an das Der erste von meinem Squad ist tot Ich weiß, was du willst Melby und Howard wurden in Kudera Vielleicht finden wir etwas sinnvolles Johnson wurde durch diese Abomination Murphy legt ein Blatt in ihm als ein Schmerzerblatt Geht sofort los, ich muss noch schnell alles durchgucken At least sie sehen und riechen, blöde tot Und wie kann das sein? Alles klar, ich lasse dich in Ich kam aus der Dunkel, von überall schnarrt, wie hunderte Tiere Miller panikte und rief in eine ganze Mob von ihnen Ja, so gut Ja, so gut Du bist Markus Ich habe ihn in vielen Jahren Er war brillant, in seiner eigenen Weise Aber lass uns nur sagen, dass es sind reasons, warum wir nicht mehr zusammenarbeiten Sehr gut Reasons Ich bin nicht überraschend. Der verrückte Barsch versuchte mich zu leben Er sagte, er wollte mich zu essen Er wollte dich zu essen Das macht keinen Sinn Er ist sicher, er ging mit den Natives Aber sie haben mich immer als peaceful Vielleicht war er als ich nicht erwähnt Aber das ist nicht erklären, warum er würde sich zu cannibalisieren Der verrückte Wanker sagte, dass er eine Verkaufnahme für die Pläge versucht hat, und er braucht etwas Flesch von jemanden, der im Immune ist. Warte mal, bist du zu sagen, dass du im Immune bist, was da passiert? Das ändert sich natürlich etwas verändert, nicht wahr? Ja, ich glaube, es macht es. Ich habe ein Bild, dass du dich helfen soll. Aber wenn du es möchtest, musst du mir helfen. Ich habe diese Krankheit schon seit vielen Jahren recherchiert. Kuru hat hier seit Jahren gedauert. Diese Verkaufnahme ist eine von vielen. Und jeder Verkaufnahme ist ein bisschen anders, wie der Trigger, der die Pläge erwacht. Es ist wirklich unglaublich, wie diese Pryon-Disease adaptiert oder verändert. Wie sie mutiert, wenn sie zu externe Faktoren erzeugt. Die Geschwindigkeit, bei welchem sie den gesamten Organismus erzeugt. Es ist wirklich unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Aber die Wissenschaft kann nicht beherrschbar sein. Es ist auch gefährlich. Du verstehst du hier? Das erklärt die Schmerzen in der Greenhouse. Das ist wirklich unglaublich. Das war ein Verkaufnahme. Das war ein Verkaufnahme von meiner Unterstützung. Ich versuche dir, ich hatte sehr wenig zu tun mit dem, was da passiert. Ich versuche dir, was ich da passiert. Ich versuche dir, was ich tun muss. Ich versuche dir, dass ich nicht ein Verkaufnahme von einem Schmerzen bin. In Zeiten wie diese, es ist leicht, dass Menschen von Wissenschaftler zu schlösen, verabschieden für ihre Aktionen. Ich versuche dir, dass Menschen von Wissenschaftler zu schlösen. Meine vier Unterstützung für die Position von Reagenten, Chemikalien, die in den Vialen enthalten sind. Leider sind die Vialen in der Greenhouse. Bring sie zu mir und ich werde sie machen. Nein. Täubungspistole. Ah, klasse. Na gut. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine Pause. Und sehen uns dann nächste Woche wieder. Wenn es dann wieder wie gewohnt am Montag. Dead Island. Dead Space genau. Bis dann.